Heute sprechen wir über die absoluten Basics der polnischen Sprache. Und damit Witam Serdecznie, Cześć und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Polska, deinem YouTube-Channel, bei dem du ganz einfach und bequem Schritt für Schritt die polnische Sprache erlernst. Diese sogenannten Basics musst du kennen und auch können. Und mit können meine ich die richtige Aussprache. Also reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Beginnen wir. Satzname. Los geht's. Über die erste Begegnung und das erste Kennenlernen mit einer Polin oder mit einem Polin haben wir bereits eingehend gesprochen. Die entsprechenden Videos verlinke ich dir hier. Heute sprechen wir über die absoluten Basics. Und dazu gehört diese Floskel hier. Allerdings höre ich verschiedene Varianten, was die Aussprache angeht. Zum einen höre ich Genau. Wir reden über die letzte, über die vierte Variante. Diese Variante ist die richtige. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gar nicht so schwer. Nur, man hat es im Kopf. Polnisch, eine andere Sprache, muss schwierig sein. Nein. Dzień dobry. Schauen wir uns noch mal das erste Wort an. Dzień. Dzień. Der Tag. Dzień. Wir haben ein D gefolgt von einem ZI. ZI wird zusammengesprochen. Als ZI. 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 Weiter geht es mit einem offenen, hellen E. Dzień. 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 Und zu guter Letzt ein N. Und hier ist dieser Strich ausschlaggebend. Es ist kein Dzień. Dzień. Also kein volles N. Wir wollen den Laut weich haben. Deshalb ist der Strich obendrauf. Es ist kein N, sondern ein NIE. NIE. Dzień. Dzień. Kein Dzień. Dzień. Sondern Dzień. Dzień. Weiter geht es mit Dobr. Dobr. D. Gefolgt von einem offenen, hellen O. Do. Do. Kein Do. 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 BR. Dobr. Und zu guter Letzt ein Y. Also kein Dobr. Sondern Dobr. Dobr. Unser Nussknacker I. I. Dobr. Dobr. Also zusammen. Dzień. Dobr. Dzień. Dobr. Dzień. Dobr. Dzień. Dobr nutzt man in Polen sowohl am Morgen wie auch den ganzen Tag über. Also es gibt kein separates Guten Morgen in Polen. Man startet den Tag also schon mit Dzień dobry. Dzień dobry. Und sagt es, solange der Tag anhält. Weiter geht es mit dieser Floskel hier. Und auch hier höre ich immer zwei Varianten. Die erste wäre Dobr veczer. Dobr veczer. Und eine zweite wäre Dobr veczur. Dobr veczur. Und auch hier ist Letzteres richtig. Dobr veczur. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Dobr veczer. Dobr veczer. Wie auch in Dzień dobry. Mit einem offenen, hellen O. Do. Dobr. Und am Ende ein I. Dobr ve. Dobr ve. Und dann Vietur. Wir beginnen mit einem W. Gefolgt von einem I. Und danach kommt CZ. Welches als CZ. Ausgesprochen wird. CZ. CZ. Wie in Tschüss. Dobr vecz. Dobr vecz. Und nun haben wir wieder ein O mit einem Strich. Also das O wird geöffnet. Und aus dem O wird ein U. U. Also O-Strich wird als U ausgesprochen. Dobr veczur. Dobr veczur. Darauf achten, dass am Ende auch das R mitgesprochen wird. Also kein Dobr veczor, sondern Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Vor dem Zubettgehen sagt man Gute Nacht. Auf Polnisch Dobranoc. Also Gute und Nacht Dobranoc wird im Polnischen als ein Wort gesehen. Also Dobranoc. Kein Dobranoc. 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 Schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir beginnen mit einem D. Gefolgt von einem offenen, hellen O. O. Dobr veczur. Do. Kein Do. Do. Sondern Do. Do. Dobr veczur. Dobr veczur. Mit einem offenen, hellen A. Dobr veczur. N. Und dann wieder ein helles O. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Und zu guter Letzt ein C. Welches auch als C gesprochen wird. Also kein Dobr veczur. Kein Dobr veczur. Sondern Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Die Betonung liegt auf Bra. Bra. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Dobr veczur. Möchte man beispielsweise nach der Toilette oder nach der Uhrzeit fragen oder möchte man sich entschuldigen? So benutzt man im Deutschen Entschuldigen Sie oder Entschuldigung. Im Polnischen gibt es ein Wort dafür und zwar Przepraszan. 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 Auch hier schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir beginnen mit einem P, gefolgt von einem RZ, welches als J ausgesprochen wird. Absch. Psch. Aber durch das P am Anfang wird es schwierig ein J zu sprechen, also Psch. Deshalb erleichtern wir uns das Ganze und machen aus dem einfach ein Sch. Gefolgt von einem hellen, offenen E. Dann kommt wieder ein P. Danach ein R und ein helles A. Und danach kommt SZ. Das polnische SCH. Wieder ein helles A. Und dann ein M. Also wir haben zweimal das SCH. Möchte ich auf polnisch Bitte sagen, so benutze ich dieses Wort. Schauen wir uns das Ganze an. Wir beginnen mit einem P, gefolgt von einem schönen, rollenden, vibrierenden R. Gefolgt wiederum von einem offenen, hellen O. Also Pro, kein Pro. Danach ein SZ. Also unser polnisches SCH. Und zu guter Letzt ein E mit Häkchen vom Laute her. Wenn es dir schwerfällt, dieses A zu sagen und du tendenziell ins A gehst. Also bitte kein Prochon oder Proché. Anstelle dieses A-Lautes kannst du gerne das offene, helle E benutzen. Also Proché. 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 Und natürlich möchte man sich auch bedanken. Und hierfür benutzt man dieses Wort. Schauen wir uns das Ganze an. Wir beginnen mit einem D, gefolgt von einem ZI. Und wir wissen es wie in JANI. Auch hier ZI. Also ZI. ZI. Gefolgt von einem A. Dieses A befindet sich im Wort. Wenn es sich im Wort befindet, dann sagen wir anstelle des A-Lautes tendenziell ein E-N. Also JANI. JANI. Kein JANI. JANI. Also ein leichtes N. JANI. Jetzt folgt ein K. Also JANI. JANI. Ein U. Ein schönes, deutliches U. JANI. 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 Und jetzt wieder unser E mit Häkchen. Also JANI. JANI. Wie gesagt, fällt es dir schwer, diesen Laut auszusprechen? So liebe ein E sprechen. Also JANI. 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 Möchte ich etwas bejahen? So sage ich im Deutschen JA. Auf Polnisch TAK. TAK. Hier gibt es nicht viel zu sagen. TAK. TAK. Klare Laute. TAK. 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 Möchte ich wiederum etwas verneinen? So sage ich im Deutschen NEIN. Auf Polnisch dieses Wort. Drei Buchstaben, aber ich höre unzählige Varianten. Unter anderem bahnen wir in euch ein bisschen guter Bauteil für den UEGA. NÄhe, DREA, DREA. Nähe. Oder Nie. Oder NIE. Richtig ist NIE Alle drei Buchstaben werden klar und deutlich gesprochen. Also wir beginnen mit einem N, gefolgt von einem klaren I. I, NIE, NIE Und dann kommt wieder unser helles Ä. NIE, NIE, NIE Befinde ich mich beispielsweise in Polen und ich möchte eine weitere Auskunft erhalten, kann allerdings noch kein Polnisch, so kann ich fragen, ob diese Person, die ich gerade antreffe, vielleicht Deutsch kann. Angenommen, ich möchte jetzt eine fremde Frau ansprechen, so lautet die Frage auf Polnisch. Przeprascham Czy pani mówi po niemiecku? Przeprascham Czy pani mówi po niemiecku? Schauen wir uns das Ganze einmal an. Przeprascham Entschuldigung Entschuldigen Sie, hatten wir bereits. Przeprascham Czy Czy Also CZ Czy Gefolgt von einem Y Czy Kein Czy Czy Und Czy ist ein Fragewort, welches es in Polen gibt. Und dieses Fragewort zieht eine Ja- oder Nein-Antwort mit sich. Also auf die Frage, die mit Czy beginnt, antwortet man mit Ja oder Nein. Czy Pani Pani Ein schönes, klares I. Pani Movie Movie Sprechen Movie Und hier ist wieder der Strich auf dem O. Dadurch wird das O geöffnet, sozusagen, und wir sagen nicht O, sondern U. Movie Also bitte kein Movi, sondern Movie. Movie Weiter geht es mit Po Po P-O Po Kein Po, sondern Po Und Deutsch, auf Polnisch, niemiecku. Und hier wird jeder Buchstabe gesprochen. Nie 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 MIE 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 Also NIE MIE NIE MIE MIE CK Beide Laute werden gesprochen. NIEMIECK 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 Also kein NIEMIECK Sondern NIEMIECK 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 Przepraszam Czy pani mówi po NIEMIECKU? Przepraszam Czy pani mówi po NIEMIECKU? NIEMIECK NIEMIECK Przepraszam Czy pan mówi po NIEMIECKU? Przepraszam Czy pan mówi po NIEMIECKU? Angenommen man wird in Polen angesprochen. Und man versteht allerdings noch nicht so schnell. So kann man sagen, ich verstehe kein Polnisch. Auf Polnisch NIEMIECK 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 Schauen wir uns das Ganze einmal an. NIE 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 Schöne klare Laute I E NIE 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 Rosumium Rosumium Mit einem schönen, deutlichen R R R Gefolgt von einem offenen O R R R Dann ein Z Z Also kein Z Kein Z Kein Z Also Ros Ros Gefolgt von einem U Rosu Rosu Dann ein M Rosum I Wieder schön klar Rosumi 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 Wieder ein E Rosumie Und wieder ein M Rosumien 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 Dann wieder PO PO Und Polsku 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 Kein Polsku Sondern Polsku Mit einem stimmlosen S S Polsku Also nochmal langsam Nie Rosumiem 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 PO Polsku Polsku Etwas schneller Nie Rosumiem PO Polsku Und noch etwas schneller Nie Rosumiem PO Polsku Nie Rosumiem PO Polsku Nie Rosumiem PO Polsku Nun kann man vor dieser Aussage noch ein leider anhängen Leider verstehe ich kein Polnisch Leider heißt auf Polnisch Niestete 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 Also nie wieder NIE NIE ESTE Wird getrennt gesprochen Also kein STT im Deutschen SONDAN STT Also Nieste E Ein helles E Niestete T Niestet Und dann wieder unser Niestete 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 Unser Nusknacker Niestete Also der ganze Satz lautet dann Niestete Nierosumiem PO Polsku Niestete Nierosumiem PO Polsku Niestete Nierosumiem PO Polsku So, nun haben wir ein paar Basics zusammengetragen Und diese Basics wirst du immer benötigen Wenn du in Polen bist, aber auch hier in Deutschland Im Gespräch mit Polen, mit Polinnen Schau dir dieses Video häufiger an Und übe laut die Aussprache Schreib dir die Sätze auch gerne raus Und markiere dir die die Graphen Also ZI zum Beispiel CZ SZ ZI 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 Wenn du da rein, diese laut mit lernst Dann wirst du auch in Zukunft Damit keinerlei Probleme mehr haben Ich freue mich aufs nächste Mal Wenn es wieder heißt Hey Polska Bis dahin Viel Spaß beim Üben Do zobaczenia Porvodzenia Auf bald Euer Arno Outro